Hi Coach, heute zeige ich dir, wie du die Fähigkeiten deiner Spieler bestimmen kannst. Wir befinden uns im Dashboard und klicken auf der linken Seite auf Teams. Wir wählen uns dann einen Spieler auf, den wir uns ansehen wollen und klicken hier auf sein Spielerprofil. Nun haben wir alle seine Möglichkeiten hier gegeben und hier Spielerfähigkeiten. Diese kann ich ganz einfach mittels Schiebelregler hin- und herschieben. Weiters kann ich auch weitere Fähigkeiten hinzufügen oder löschen. So kann ich mein Team genauestens analysieren und die Fähigkeiten bestimmen. Viel Spaß dabei und viel Erfolg mit Coach Better. Vielen Dank.